Eine 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Bad Kohlgrub. Das Objekt wurde 1994 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche und einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 1090 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017